Ada-Effikation hier und ja, wir stehen vor Diablos-Pforten und da ich mir den ganzen Stress nicht alleine antun will, steht mir zur Seite die Zauberin. Ähm, hier ist eigentlich der Gecko-Climber, der eigentlich in dieser Folge die erste Ansage machen sollte, so wie es abgesprochen war. Jungs, streitet euch nicht, streitet euch nicht. Nein, der Ada-Effikation macht mir die ganze Ansage kaputt. Alla. Nein. Und mit euch auf dich bösen Bubenjagd geht der Nobby. Okay, dann... Okay. Guck. Drei, drei, eins. Was ist? Tür rein. Was ist... Was ist los? Tür rein. Ach so. Ja dann. Zwei, eins. Quatsch. Nö, doch nicht. Ähm, der redet nicht, mit dem haben wir doch letzte Folge schon geredet, du. Ja, aber der hat ein Befehlszeichen. Jetzt haben wir nämlich das nächste Quest. Suchen Sie Diablo. Mit mir redet das. Das Ende des Schreckens? Die Zeit ist gekommen, Diablo selbst zu jagen und zu vernichten. Sollte es eigentlich werden. Aber Vorsicht, unterschätze den Herrn des Schreckens nicht. Wo seid ihr denn? Er hat ganz allein die Stadt Tristran zerstört. Und den letzten edlen Helden verdorben, der ihn aufhalten hat. Wo seid ihr? Lobby? Deco? Ich hab grad mal eine Sternstunde erfahren. Ach was? Ja, bei mir hat er... So. Wir können. Auf zum Flammenfluss. Wart ihr denn? Tyrael. Wir haben noch den Tyrael fertig gehört, wenn's recht ist. Ach so. Ich hab gedacht, der hätt nicht gequatscht. Doch. Mit dir nicht. Wenn man dann das richtige Quest ausfällt, dann will er sogar reden. Da liegt ein Holzhammer. Die Holzhammer-Narkose für die Gegner. Oh Mann. Ja, ne? Dann holzhammer. So. Oh je. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil die Abwehr wird uns einfach da mit der Zeit. Hält mir mal bitte jemand die Zauberer vom Hals. Boah. Dritter des Abends. Hallo. Ich hab eigentlich auf Tranktrinken gedrückt. Wovon hält der wohl nicht viel? Hey. Alter. Was geht denn hier ab? Na? Party. Ööö. Ab in den Süden. Weißt du, schön noch oder wie? Den Käfern hinterher. Den Käfern hinterher. Jawohl. Ey, jo. Was geht? Wie viele Leichen liegen hier? Begrüßung. Ja? Ja. Jep. Ah, der Nobby ist schon wieder vorgerannt. Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Ich seh' jetzt noch gar nicht so viel. Ich seh' jetzt noch gar nicht so viel. Bin ich aber glaub' ich noch gar nicht so. Triffst schon irgendwas drauf. Irgendwas wird sich dann schon erbarmen, von mir getroffen zu werden. So, ich brauch' mal wieder... Uhu, der Eingang. Hier so. Heiltränke, Heiltränke, keine Mana-Tränke. Oh, was steht denn da hinten? Verdammten Homing, das ist. Ach, ist das lustig. Äh, lustig würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, vor allen Dingen, weil ich kein Mana-Am. So, jetzt hab' ich grad' eben schon die Hälfte meiner Mana-Tränke aufgebraucht, die ich habe. Ah, komm her, du Sau. Wo ist denn meine... Boah, die verlangsamen mich hier. Ja, diese Homing-Messels sind schrecklich, weil die einen langsamer machen. Diese weißen Bälle. Wollen wir hinten noch das Ding ausrotten, das Plateau? Ja, können wir warten. Ja, ich brauch' auch nicht was los. Ach du Scheiße. Ich brauch' Mana, Leute. Das hört man jedenfalls. Weg hier! Ich muss euch das machen lassen, weil die Marier, die kriegt so schneller als A und B-Menschen, sagen kann. Leider. Bin nicht froh, dass ich Fernkämpfer dabei hab. Boah, Sauhunde. Irgendwie halte ich hier den höchsten Dead-Count. Ich glaub' als Frontkämpfer kann man das von dir auch erwarten. Ich bin froh, dass ich nicht so auf Mana-Adevisen bin wie der Gekko. Ja, ich bin hier die ganze Zeit nur noch am Dreck geschlucken und ich hab' nicht die Zeit, mir das Zeug in meinen, ähm, Gürtel reinzustecken. Wenn man es nur beim Gürtel bleibt, ist es okay, Gekko. Lieber schlucken als reinstecken. Okay. Ist doch das Guto für diese Folge. Oh, Mann, Leute. Oh, jetzt werden andere Töne aufgezogen. Oh, die sehen auch hübsch aus. Das ist ja mal Fragen, ob was heute Abend vor. Ach, was machst denn heute Abend? Ich hab' mich grad wieder die Scheiß-Dorn-Verzauberung abbekommen. Oh, da wollte ich noch gar nicht hin. Und ich hab' ein Loch in meine Tastatur gebrannt. Ey, sag' mal, du bringst das aber auch immer wieder fertig, irgendwas. Rauchen ist ungesund. Ja, ich merke es. Ich sag' mal, wie viele von denen sind das. Mehr als genug für mich. Ja, ich wünschte es auch. Das ist noch gar nichts, was passiert, wie wir das Siegel öffnen. Ja, wie schön. Ich hab' nämlich schon so gut wie keine Mana-Tränke mehr. Das sagst du immer. Da liegen wohl zwei. Ich hab' noch drei Stück, genau. Da liegen zwei. Du musst nur mitten rein rinnen. Nein, zwei. Okay, die Reihen. Also, ich glaub's. So, ich glaub' ich werd' jetzt erst mal, da ist ein starker Mana-Trank, da ist ein guter und noch ein starker Mana-Absaugung. Okay, wenn ich einmal an die drankomme, sind sie bald ein Problem, ja. Wenn ich mal drankomme. Scheiß Dorn. Oh je. Das bringt mir gar nichts. Ich hab' mich. Hier liegt auch ein guter Mana-Trank. Ja, den hol' ich mir gleich. Mann, oh Mann, die senden uns hier aber auch alles entgegen. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ah, ich bin froh, dass ich das geletter hab. Da ist noch ein paar Mana-Trank, noch ein paar Mana-Trank. Damit der Gecko auch mal wieder in die Runden kommt hier. Ja, komm, sacken ein. Oh, Himmel-Age-Rotten-Port. Da kommt richtig Freude auf hier. Ich hab' meins eröffnet, falls wir irgendwie draufgehen. Starker Heiltrank, das ist alles nix für uns. Oh oh, mein Game lags. Meins auch. Dein Game. Meins ist absolut arm-beaming. Gecko sehe ich gar nicht mehr. Ich kann auch nichts machen. Bei mir, ich kann irgendwie meinen Status nicht mehr großartig ändern. Das macht er bei mir auch nicht mehr. Okay, ich würd' sagen, dann müssen wir ein neues Spiel starten. Ähm, das ist aber höchst ungeil. Ja, bringt ja nix. Ne, wie können wir versuchen, ist es dann der Surfer oder ist es dann die, ähm... Das müsste der Surfer sein. Das ist aber richtig ungeil. Okay, dann würd' ich sagen... Das heißt nämlich, wir können den ganzen Käse hier nochmal machen. Wir beenden dann mal die Folge bei 3... Ja gut, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi! Tschüssi!